Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es darum, dass der Mensch ein politisches Wesen ist oder anders gesagt, dass wir Menschen zur Politik verurteilt sind und warum das so ist. Aber vorausschicken möchte ich, dass ich dabei von einem ganz bestimmten, nicht alltäglichen Politikbegriff ausgehe. Also wenn wir so sagen, im Alltag von Politik reden, heutzutage, dann ist nicht das gemeint, was ich Politik nenne. Es ist also eine willkürliche Begriffsumverstehung, wobei der Begriff, mit dem ich operiere, also den ich benutze, für sich hat, dass er, wie soll man sagen, andockt, zumindest andockt oder inspiriert ist von den Leuten, die den Begriff mal erfunden haben, nämlich von den ollen Griechen. Also sozusagen so ganz so willkürlich ist es vielleicht doch nicht, wenn ich unter Politik was anderes verstehe, als wir heutzutage im Alltag oder in der Öffentlichkeit von Politik sprechen. Warum ist aber der Mensch ein politisches Wesen oder anders gesagt, warum sind wir zur Politik verurteilt? Ich denke, also man kann sich dem Thema von sehr verschiedenen Seiten nähern und vielleicht schaffe ich es in diesem Video auch mehrere dieser Seiten unterzubringen. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich nähe mich auf jeden Fall jetzt erstmal von einer Seite dem Thema an. Man kann sagen, die Notwendigkeit von Politik beginnt dort, wo eben eine bestimmte Gesellschaftsgröße erreicht ist, in der es unvermeidlich für uns Menschen ist, dass wir in Gruppen zerfallen, in Teilgruppen, die untereinander nicht mehr so gut vernetzt sind, dass ein unmittelbares Interesse an Kooperation, Frieden, Freundlichkeit, Respekt oder und so weiter besteht. Also sozusagen, es gibt sozusagen eine Tendenz bei uns Menschen, dass unsere eigene natürliche Kohäsionskraft, könnte man das nennen, also die Kraft des Zusammenhalts, die Kraft unmittelbarer Rückkopplungsschleifen nicht mehr gegeben ist. Und ab diesem Moment haben die Teilgruppen, in die wir auch schon in früheren Stadien zerfallen, ein Problem, nämlich es gibt eine Tendenz, dass sich sozusagen unsere Gewaltanlage tendenziell durchsetzt gegeneinander, weil ihr die Gegenkraft, die in kleineren Gruppen noch existiert, fehlt. Also sozusagen das Interesse am Frieden nimmt einfach ab, das Interesse an Freundlichkeit nimmt ab und das ist eine ganz natürliche Entwicklung bei uns Menschen, das heißt, wir können sie nicht vermeiden. Also die einzige Art, das zu vermeiden ist, es gibt nur sehr wenige Menschen auf dem Planeten, das ist aber auch ein Zustand, den wir nicht aufrechterhalten können. Also selbst wenn wir uns jetzt sagen, wir haben das alles eingesehen, deswegen bomben wir uns zurück in die Steinzeit, wäre das dieser Steinzeitzustand, dieser fiktive vielleicht auch nur, ebenfalls ein instabiler Zustand. Also das heißt, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben, ist ebenfalls kein Zufall und kann gar nicht anders sein. Würden wir uns willkürlich aus Einsicht, dass das doch das für uns bessere Leben ist, wieder dorthin begeben, würde das Spiel einfach wieder von vorne beginnen. So, also wir haben die Grundkonstellation, relativ größere Gruppen, die in Teilgruppen zerfallen und dann in einer Art Frontstellung, in auch einer Art permanenten Frontstellung, die die ollen Griechen nach meinen Dafürhalten mal Stasis genannt haben, in einem permanenten Kampfzustand gegeneinander sich befinden, nämlich Gruppe gegen Gruppe. Und das, dieser Zustand hat mit Politik, in dem Sinne wie ich Politik verstehe, noch nichts zu tun. Das ist der vorpolitische Zustand, das ist der Zustand, in dem wir noch keine Politik haben. Und deswegen ist das, was wir also in der Neuzeit gemacht haben, dass wir angefangen haben, diesen Zustand politisch zu nennen und auch diesen Kampf der Parteien, diesen Kampf der Teilgruppen gegeneinander, Politik zu nennen, eine ganz, 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 wie soll man sagen, Unvorteilhafte Fehlentwicklung, weil es uns das nimmt, also begrifflich in unserem Denken, das nimmt, was die Lösung aus diesem Zustand heraus wäre. Das heißt, wenn wir glauben, dass das bereits Politik ist, können wir nicht mehr verstehen, dass Politik genau das ist, was wir noch nicht haben, was wir brauchen, um diesen Zustand zu überwinden. Warum aber können wir in diesem Zustand, also in diesem vorpolitischen Zustand, wo die Gruppen gegeneinander stehen, nicht gut leben? Das erste ist, ganz unmittelbar, wir machen uns das Leben zur Hölle. Menschen, die also stellen, also es kann mal, das möchte ich gar nicht bestreiten, Streit oder Auseinandersetzung kann mal produktiv vielleicht sein, ja? Das möchte ich nicht, wie wir sagen, ich möchte es hier nicht übertreiben oder überspitzen, das kann man durchaus zugestehen. Ein Zustand, in dem aber dauerhafter Streit herrscht, ist für uns immer ein Übel. Das heißt, egal wie streitsüchtig oder unverträglich wir von Natur aus sind, das heißt, wie hart im Nehmen wir sind beim Streit, also sozusagen nicht harmonieorientiert, konfliktfähig, würden vielleicht manche sagen, egal wie weit das geht. Es gibt einen Punkt, wo auch der konfliktfähigste Streithansel, wo das dem zu viel wird, ja? Das ist eben der Fall in einem vorpolitischen Zustand, das sehen wir eben auch sehr stark an den alten Griechen, die sehr wahrscheinlich solche Menschen waren, die also keinen Konflikt gescheut haben, die sehr, sehr streitaffin waren, das sehen wir auch an einigen Begriffsbildungen, zum Beispiel Begriff der Eristik, ja? Dass Eris als eine Göttin verehrt werden konnte, ja, der Streit, und dass sie als sehr viele Wettbewerbe, wo es darum ging, sich miteinander zu messen, erfunden haben, dass sie im Grunde aus allem einen Wettbewerb gemacht haben, also wenn man so richtig wettbewerbsorientierte Menschen in der menschlichen Geschichte sucht, dann findet man sie unter anderem bei den ollen Griechen. Also das waren nicht Leute, das waren keine Kinder von Traurigkeit, so zumindest erscheint es mir im vielleicht verklärenden historischen Rückblick. So, also wir sehen, dass auch extrem streitfähige, streitsüchtige Menschen einen Punkt erreichen, wo sie das nicht mehr aushalten können, weil sozusagen sich auch bestimmte Aktivitäten, diesen Gedanken finden wir bei Thomas Hobbes, sich nicht mehr lohnen, weil sozusagen sie von den Streiteffekten sofort aufgefrühstückt werden. Das heißt, in einem Kriegszustand lohnen sich halt bestimmte Investitionen und andere Investitionen lohnen sich nicht mehr. Und diese Investitionen, die sich nicht mehr lohnen, sind aber oft nötig, um ein gutes Leben aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig, und das verbindet sich möglicherweise auch damit, vielleicht ist es auch fast das Gleiche, haben wir halt Regulierungsbedarf. Das heißt, große Gesellschaften setzen gemeinsam Effekte frei, die sie wieder einfangen müssen. Und das können sie in diesem Streitzustand nicht, weil der Machtkampf der Gruppen gegeneinander das gemeinsame Interesse an gemeinsamer Regulation, also an Regeln, die für alle gelten, an Gesetzen überwiegt. Das heißt, jede Frage nach einer Gesetzgebung, nach einer Regulation wird zu einem Subthema des Machtkampfes. Es geht dann sozusagen nur noch vordergründig um die Regeln und Gesetze, welche Regel soll gelten, welches Gesetz soll gelten, sondern sozusagen die Regelsetzung selbst wird zu einem Teil des Spiels im Machtkampf. Das heißt, der Machtkampf selbst überlagert alles andere. Und so sind dann solche Gesellschaften, die in einem vorpolitischen Zustand leben, nicht fähig, Selbstregulation hinzukriegen. Und da reden wir nicht von der individuellen Selbstregulation des Einzelnen. Also ich bin selbstregulationfähig, kann mir selber was verbieten, weil ich einsehe, dass es dann später besser wird. Also das berühmte Selbstdisziplin oder eben auch vorausschauendes Handeln und so weiter. Darum geht es hier nicht. Es geht um das Gleiche auf der Gesellschaftsebene. Also Gesellschaften, menschliche Gesellschaften, die sich selber bestimmte Dinge verbieten, weil sie sonst ihre eigenen Lebensgrundlagen zum Beispiel zerstören. Und diesen Effekt können vorpolitische Gesellschaften nicht vermeiden, nicht aufhalten. Sie haben sozusagen über ihre eigene auf Dauer geschaltete Streitform sich das Instrument über Bord geworfen, das sie bräuchten, um ihre Lebensgrundlagen zu stabilisieren. Um sozusagen sich selbst als Gesellschaft zu regulieren so, dass sozusagen die Gesellschaft nicht selber ein ganz fundamental ist und meistens eben mehrere fundamentale Probleme bekommt über kurz oder lang. Und das heißt, wenn Gesellschaften stabil werden wollen, können sie das nur durch Politik. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Gesellschaften das können. Und Politik ist aber eben genau nicht das, was wir heute Politik nennen, das heißt der ständige Streit der Parteien, sondern es ist ein Zustand, wo eine neuartige Beziehungsform zwischen den Menschen gestiftet wird, die also in diesem Streitzustand, in diesem Parteikampfzustand noch gar nicht existiert. Und das ist die unmittelbare Verbindung der Menschen untereinander als Bürgerinnen und Bürger. Das ist eine neuartige Beziehungsform, die wir zum Beispiel, die wir heute leben, noch gar nicht kennen, weil sie heute noch nicht existiert. Das ist sozusagen, wenn wir glauben, also weil wir benutzen den Begriff ja auch ständig Bürgerinnen und Bürger und so und es gibt Bürgerlichkeit und angeblich gibt es sogar ein bürgerliches Niveau, was eine völlige Begriffsfehlbildung ist, weil gerade Bürgerlichkeit eben kein Milieu ist, wenn man den Begriff richtig versteht, also wieder in Anlegung an die eulen Griechen. So, wir glauben bereits, Bürgerschaft zu haben und die Wahrheit ist, genauso wie beim Thema Politik und beim Thema Demokratie, Bürgerschaft ist yet to come. Das ist das, was noch nicht existiert. Wir sind alle noch gar keine Bürgerinnen und Bürger. Wir nennen irgendwas so, aber dieser Begriff macht relativ wenig Sinn, den wir benutzen. Ja, es ist halt irgendeine willkürliche und ich möchte behaupten, dass meine komische, vermeintlich merkwürdige Begriffsbildung sehr viel weniger willkürlich ist und sehr viel systematischer ist. Und das bedeutet, Bürgerlichkeit muss erst noch erfunden werden und genau in der Bürgerlichkeit kann sich eine Gesellschaft selbst integrieren. In eine Bürgerlichkeit, die vielleicht so ein bisschen im Citoyenbegriff bei Rousseau durchscheint, die aber nie gesellschaftlich realisiert worden ist. Das heißt, heute, nach meinem Dafürhalten, sind wir alle noch gar keine Bürgerinnen und Bürger. Niemand, nirgendwo auf der Welt gibt es Bürgerinnen und Bürger. Es gibt halt Menschen, die nebeneinander herleben und versuchen, jeder nach seiner Fasson glücklich und unglücklich sich zu machen. Aber solche Menschen sind keine Bürgerinnen und Bürger. Deswegen macht der Begriff des bürgerlichen Milieus auch keinen Sinn, weil Bürgerlichkeit sozusagen das Gegenteil eines Milieus ist, sondern gerade die Inklusion aller Menschen in einer neuartigen Form, die aber nicht nur gedacht sein darf. Das ist nicht ein mentales Konzept. Es muss gesellschaftliche Realität sein. Das heißt, es muss sich sehr, sehr physisch auch ausdrücken. Und physisch heißt, dass es anderes Verhalten, andere Kontakt, vor allem andere Kontakte und Beziehungsformen in der Realität tatsächlich gibt, die aber eben heute noch gar nicht existieren. Das besteht eben in einem unmittelbaren Kontakt der Menschen in ihrer dann neuartigen Rolle als Bürgerinnen und Bürger. Wodurch wird das gestiftet? Und jetzt kommt mein Steckenpferd rein, mein vermeintliches Steckenpferd. Ich halte es aber für das Ergebnis einer systematischen Analyse. Ich glaube, dass Bürgerschaftlichkeit in diesem substanziellen, gehaltvollen Sinne überhaupt erst durch das Losverfahren gestiftet wird. Das heißt, ohne das Losverfahren existiert keine Bürgerschaftlichkeit. Also im strengen Sinne, wenn wir das also sehen bei den ollen Griechen, die auch anders gesprochen haben, also ich kann mich hier eigentlich nicht auf die Antike berufen, ich kann mich aber auf ein in der griechischen Antike erkennbares Prinzip berufen, also sozusagen, wenn man es auf den Punkt bringt oder weiterdenkt, dann kann man sagen, haben eigentlich nur die Athener oder andere Stadtstaaten, Polleis, die ähnliche Formen wie Athen realisiert haben, überhaupt sowas gehabt wie Bürgerschaftlichkeit. Die anderen waren im strengen Sinne gar keine politischen Gebilde, weil nur dort in dieser Form flächendeckend gelost wurde und diese neuartige Beziehungsform überhaupt entstanden ist. Und das hat eben den Historiker, auf den ich mich da meistens berufe, Christian Mayer dazu gebracht, ein ganzes Buch darüber zu steigen. Das Buch hat den einfachen Titel Athen. Also wer das nachlesen will, worauf ich mich hier beziehe, kaufe sich dieses Buch Athen. Es ist relativ gut lesbar. Es ist sicherlich unter Historikern nicht unumstritten. Also es gibt auch andere Sichtweisen. Ich glaube aber, dass für die systematische Analyse der damaligen Situation mit Bezug auf unsere heutigen Situationen wir bei Christian Mayer sehr gute Ansätze finden, um für uns heute, also für die Probleme, die wir heute haben, weiterzudenken. Also wenn wir Athen in der Form vielleicht verklären, wie es Christian Mayer tut und wie es auch ich tue, vielleicht sogar noch offensiver, finden wir in dieser Verklärung Athens gewisse Ansätze zu Problemlösungen für uns heute. Und das heißt, wir begreifen dann, dass wir eine Beziehung stiften müssen, die unseren natürlichen Zerfall in Teilgruppen übersteigt. Und zwar aus folgendem Grund. A, damit wir nicht mehr uns gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Also dass wir diesen permanenten, ich bedrohe dich, du bedrohst mich, ich stelle dir ein Bein, du stellst mir ein Bein, Zustand überwinden, der ganz unmittelbar die Hölle ist, aber auch um den höheren Sinn oder weiterdenkenderen Sinn der Fähigkeit zur Selbstregulation oder anders gesagt zu entschlossenem Gemeinschaftshandeln überhaupt realisiert werden kann. Und diesen Bedarf haben wir ganz offensichtlich heute. Ich meine, wir haben tausend Gremien und wir haben tausend Konferenzen auch auf internationaler Ebene und was dort aber rauskommt und beschlossen wird, wird nie den Problemen, die wir haben, auch nur ansatzweise gerecht. Das heißt, wir sehen diese fehlende Handlungsfähigkeit als Menschheitsgemeinschaft. Heute müsste die Menschheit fähig sein, im Grunde wie eine Person zu handeln, die vielleicht verschiedene Anteile hat, verschiedene Bedürfnisse hat, aber am Ende doch entschlossen handelt, als wäre sie ein Mensch, eine Person. Und genau diese Fähigkeit haben wir nicht. Und deswegen treten wir den Problemen, die wir gemeinsam freisetzen, unter anderem den ökologischen Problemen, aber nicht nur denen, nicht entschlossen genug entgegen, weil wir das in den Formen, die wir benutzen, in den vorpolitischen, vorbürgerschaftlichen Formen, in denen wir uns heute bewegen, gar nicht können. Wir haben halt Teilgruppen. Diese Teilgruppen sind ständiger Sorge, im Kampf um die Macht, im Kampf um Status, im Kampf um Einfluss, ins Hintertreffen zu geraten und über diese allgemeine Angst in Machtkämpfen zu verlieren, kommt keine gemeinschaftliche Handlungsfähigkeit zustande und kann auch gar keine gemeinschaftliche Handlungsfähigkeit zustande kommen. Und das bedeutet, das, was wir heute bräuchten, um unsere gemeinsamen Probleme zu lösen, ist die Erfindung oder Neuerfindung des Politischen. Und das setzt natürlich voraus, dass man zugesteht, dass Politik, sowas wie Politik in einem substanziellen, gehaltvollen Sinne, nicht jederzeit bei jeder Gesellschaft existiert. Und das macht es dann so ein bisschen paradox. Ich sage ja in diesem Video, mehr Menschen sind zur Politik verurteilte Wesen, aber das sind wir nicht in dem Sinne, dass wir jederzeit Politik hätten. Nach diesem Politikbegriff, mit dem ich operiere, gab es zum Beispiel in der Steinzeit noch nicht sowas wie Politik, weil es dort noch keinen Bedarf an ihr gab. Es gab auch nicht sowas wie Demokratie, weil das war nicht notwendig in einem Gesellschaftszustand, wo noch nicht so viele Menschen existieren, dass dieser zerfall in Teilgruppen die Probleme freisetzt, die dann erst Politik und Demokratie auf den Plan rufen. Und genauso existiert Politik und Demokratie nicht in einem Zustand, wo man verklärt die Probleme, die man hat, und zum Beispiel diesen ständigen Parteikampf, die Stasis, zu einem positiven Zustand verklärt, oder wie wir das heute tun. Dort existiert auch keine Politik. Natürlich existiert auch in Tyranneien, in Diktaturen keine Politik. Das sind alles vorpolitische Zustände. Das große Problem ist aber, A, unser Leben wird dadurch zur Hölle. Also wenn wir ein gutes Leben haben wollen, sind wir tatsächlich zur Politik verurteilt. Aber auch wenn wir überhaupt überleben wollen, wenn wir nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen systematisch kaputt machen wollen, brauchen wir ebenfalls Politik. Und das heißt, wir müssen diese bürgerschaftliche Beziehung überhaupt erst stiften und beständig am Leben halten. Eine Beziehung, die nicht von alleine entsteht. Und das bedeutet wiederum, dass Politik etwas höchst hochkünstliches, höchstgradig technisches ist. Das heißt eben gerade nicht etwas, das von alleine entsteht. Politik ist etwas, was wir unbedingt brauchen, was aber nicht von alleine entsteht. Etwas, was wir erschaffen müssen, was eine wirkliche menschliche Innovation ist. Also insofern ist Politik auf eine ganz, ganz besondere Art menschlich, weil sie sozusagen nicht von alleine entsteht, sondern aus menschlicher Einsicht. Also auch eine sehr, sehr hochstehende Kulturform. Politische Gesellschaften, die in dem Sinne, wie ich es hier meine, politisch sind, sind sozusagen, wenn man überhaupt in so Hierarchien denken will, Kulturhierarchien, wahrscheinlich mit die höchste Stufe, die wir Menschen überhaupt erreichen können. Also in unserer eigenen Kulturentwicklung. Und eben Gesellschaften wie unsere heutige, die vorpolitisch sind, erreichen diese Stufe nicht. Und genau weil sie diese Stufe nicht erreichen, sind sie in einem Autodestruct-Modus unterwegs. In einem selbstzerstörerischen Modus, dem sie auch nicht auskommen und ausweichen können. Also das heißt, auf dem Pfad, wo wir derzeit unterwegs sind, ist es fast egal, was wir machen. Wir wählen eigentlich nur die Art und Weise, wie wir unsere eigenen Lebensgrundlagen kaputt machen. Also sozusagen, wir können so und so entscheiden, in diesem Zustand, in diesem Grundzustand. Aber was wir nicht vermeiden können, ist, dass wir die Lebensgrundlagen zerstören. Wir können es also mehr so rumdrehen und so drum. Wir können es ein bisschen beschleunigen oder ein bisschen verzögern. Oder wir können machen, dass mehr diese Probleme virulent werden oder mehr jene Probleme virulent werden. Aber wir können nicht verhindern, dass diese Zivilisation nicht stabil ist, aus sich selbst heraus. Sie ist also sozusagen in einem instabilen, metastabilen Zustand, wo absehbar ist, dass es ein Kollabieren geben muss, geben wird, ohne dass irgendjemand, auch natürlich ich nicht, vorhersagen kann, wann und wie genau das passiert. Aber dass es passiert, ist sicher. So, wenn wir wollen, dass große, komplexe, in sich differenzierte, dynamische Gesellschaften, wie sie in Sesshaftigkeit von völlig alleine entstehen, stabil werden, also nicht mehr selbstzerstörerisch sind, genau dann müssen wir Politik in diesem substanziellen Sinne einführen zwischen uns. Und das bedeutet halt einen beständigen Aufwand für uns alle. Politik ist Arbeit. Und zwar für alle. Sonst ist sie keine Politik, sonst ist sie wieder dieser Kampf der Parteien, der Kampf von ein paar Leuten, die sich berufen fühlen oder ausgewählt werden, diesen Kampf zu führen, diesen beständigen Kampf, diesen Stasis-Zustand. Und das ist nicht Politik. Das ist der Zustand, der die Probleme erzeugt. Und dass das so ist, können wir eben bei den alten Griechen erkennen, die eben all das schon mal auf kleinerem Niveau, auf eben noch nicht ganz so komplexem Niveau schon mal durchgemacht haben. Und der große Vorteil, sich eben auf die alten Griechen dabei zu beziehen, ist, dass dort die Verhältnisse noch so überschaubar waren, dass wir mit unserem begrenzten Gehirn das leichter begreifen können als heute. Das heißt, der Bezug auf unsere eigene Antike, auf die griechische Antike, ist deswegen produktiv, weil dort noch nicht solche Komplexitätsgrade erreicht waren, dass es uns das Hirn wegsprengt. Wenn wir heute versuchen, sozusagen zu durchdenken, und das tun ja auch viele, ich meine, es gibt unendlich viele Soziologen, Politologen, Philosophen, die darüber Dank machen und die eben von der heutigen Gesellschaft ausgehen, das scheint unsere Kapazitäten zu übersteigen, was wir produktiv verarbeiten können, möchte ich behaupten, von unseren kognitiven Fähigkeiten her. Und bei den alten Griechen ist also alles noch etwas kleiner, aber die Probleme sind schon da gewesen, die Probleme, die wir heute haben, in ihren Grundformen, prinzipiell von der gleichen Form. Und so wird also der Ansatz bei den alten Griechen, dass man also versteht, warum haben die denn mal Politik erfunden, in diesem gehaltvollen Sinne, wie ich es verstehe, warum haben sie angefangen zu losen in Athen, warum hat man so eine absurde Idee, die auch damals den Leuten absurd erschienen ist, eingeführt, dann kommen wir dahin, dass wir also verstehen, wie wir zu Lösungen für heutige Probleme kommen, zu Problemen, denen wir auf andere Art als durch die Einführung des Politischen zwischen uns nicht mehr Herr werden können, nicht mehr bewältigen können, wo wir nichts dem entgegensetzen können. Weder sehr reiche Menschen können das, noch sehr mächtige Menschen, einflussreiche Menschen können das, in einem vorpolitischen Zustand, das heißt, die Katastrophen, auf die wir gerade mit sieben Meilenstiefeln zugehen, aufhalten. Niemand kann das, und das sehen wir, also wenn wir ehrlich zu uns selber sind, sehen wir gerade, dass wir in einem Bus sitzen, der auf eine Mauer zurast, vielleicht sogar auf mehrere und wir sitzen in diesem Bus, wir sehen es vielleicht in Zeitlupe und wir sehen diesem Unfall zu, von dem wir selber Teil sind, aber wir können ihn nicht aufhalten und dann wird halt dieses Bild vom Bus schief, weil wir können nicht bremsen, wir können nicht dem Fahrer ins Lenkrad greifen, das hilft alles nicht, dieser Bus verunglückt und wir sind mittendrin und vor allem unsere Kinder und Kindeskinder sind drin, und das ist halt ein Problem, ein Zustand, der eigentlich nicht, wie soll man sagen, gerechtfertigt werden kann. Man kann nicht sagen, wir können so weitermachen wie bisher auf Systemlevel, auf Systemebene, das heißt verfassungsmäßig. Wir haben eine ganz, ganz fundamentale und zwar die ganze Menschheit umspannende Verfassungskrise. Das ist der Zustand, in dem wir sind. Wir haben nicht eine Krise dieser oder jener Verfassung, also was weiß ich, der deutschen und amerikanischen Verfassung. Wir haben den Grundzustand, dass wir eigentlich sowas wie eine Weltverfassung noch gar nicht haben. Das heißt einen Zustand, in dem wir Gesellschaft gemeinschaftlich gestalten. Und dazu, um das zu können, wir Menschen mit unseren Grenzen, die wir alle haben, brauchen wir eine Beziehung. Wir brauchen eine Beziehungsebene und genau diese Beziehungsebene fehlt uns. Die politische Beziehung, die Beziehung erwachsener Menschen aufeinander in ihren Rollen als Bürgerinnen und Bürger ganz unmittelbar. Das heißt, was uns fehlt, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst zusammentreten, menschlich zusammentreten und sich überhaupt auf neuartige Weise kennenlernen, auch schätzen lernen, auch verstehen lernen. Und das können wir Menschen, so wie wir gebaut sind, nur in Unmittelbarkeit, nur wenn wir uns wirklich begegnen und uns in Formaten miteinander unterhalten, die wirklich Unterhaltungen sind und keine Debatten oder Diskurse oder Streitgespräche oder Podiumsdiskussionen oder TV-Debatten. Das ist nicht das, worüber ich rede, weil das ist alles kein politischer Modus. Ein politischer Modus ist ein Zustand, das sehen wir wieder bei den alten Griechen in Athen, in dem relativ direkte und unverblümt miteinander geredet werden kann, weil man in unmittelbarer Beziehung zunahe steht, das heißt, man von Mensch zu Mensch, man begegnet sich. Und in Beziehungen sind wir fähig, uns Dinge zu sagen, die wir uns in anderer Form, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, niemals sagen könnten, ohne dass es schief gehen würde. Das heißt, wenn wir uns sicher sind, dass grundlegend wir vom Anderen anerkannt sind, dass der Andere uns grundlegend schätzt, können wir viel, viel, viel direkter sein und diese Direktheit führt zu neuartigen Lösungsmöglichkeiten zwischen uns, dass wir also Lösungen finden können gemeinsam, die wir in der fehlenden, wenn diese Beziehungsebene fehlt, niemals gemeinsam entdecken und schon gar nicht gemeinsam umsetzen und beschreiten können. Und das heißt, das vorrangige Ziel der Menschheit heute müsste tatsächlich sein, diese Beziehung sowohl zu stiften überhaupt erst, weil sie existiert derzeit nicht, als auch am Leben zu erhalten. Das ist permanente Arbeit. Also es ist nicht so, dass man einmal Politik erfindet und dann ist es ein Selbstläufer oder Politik einführt. Das ist beständige Arbeit, weil Politik eben kontraintuitiv ist, weil Politik nicht natürlich entsteht, obwohl wir Menschen, und das ist das Paradoxe, sie von Natur aus brauchen, sobald wir einen bestimmten Kulturzustand verlassen oder in einen neuen eingetreten sind und das ist letztlich vor 10.000 Jahren passiert. Also seit 10.000 Jahren, seit der Erfindung der Sesshaftigkeit, seit die Menschen sehr viel mehr werden konnten über die Sesshaftigkeit, haben wir Politikbedarf. Und obwohl wir seit 10.000 Jahren Bedarf an Politik in dem Sinne, wie ich hier darüber rede, haben, haben wir sie allerhöchstens eine sehr kurze Phase der Menschheit an einem sehr provinziellen Ort namens Athen überhaupt realisiert. Das ist das Paradoxe, dass also so gar nicht so ganz so dumme Wesen wie wir sind, wir Menschen, also möchte ich durchaus sagen, so wir haben schon Grenzen, wir haben viele Grenzen, wir haben auch viele kognitive Grenzen, aber ganz blöd sind wir auch nicht. Und das ist so wirklich schwer zu begreifen, dass Wesen, die also zu einer gewissen Klugheit durchaus in der Lage sind, fähig sind, Probleme 10.000 Jahre zu verschleppen und ungelöst zu lassen, obwohl die Folgen für uns selber drastisch sind. Also dass wir derart wenig Interesse an unserem eigenen Wohlergehen haben, dass wir derart wenig Selbstempathie haben, dass wir das Politische noch nicht eingeführt haben und das über so große Zeiträume, also dass wir derart bereit sind, an uns selbst zu leiden und aneinander zu leiden und das auch immer weiter weiter zu tun, ohne diesen Zustand zu beenden und ihm etwas entgegenzusetzen, das ist das eigentlich drastische oder völlig kontraintuitive oder was zumindest in meinen Hirn nicht so richtig rein will. Also hart und noch etwas offensiver gesagt, würden wir Menschen uns wirklich selber schätzen und lieben, hätten wir schon längst Politik wieder erfunden und hätten Politik stabilisiert, das haben wir aber nicht. Stattdessen erfüllt Gesellschaft heute, menschliche Gesellschaft, tatsächlich einen fast aus therapeutischen Tatbestand, eine therapeutische Diagnose und die Diagnose ist die Diagnose der fortgesetzten Selbstschädigung. Wir tun uns selber schlecht. Wollten wir uns selber guttun, würden wir an ein gutes Miteinander, ein gutes Leben auf der Erde glauben, hätten wir schon längst Politik erfunden, wieder neu erfunden und neu eingeführt. Das heißt, ein Zustand, wo wir alle investieren in ein gutes Miteinander und wenn ich alle sage, meine ich alle und das lässt sich halt nur institutionell bewerkstelligen und wenn man fragt, was ist denn die zentrale Institution, die das leisten kann, dann ist die Antwort die immer gleiche, das Losverfahren. Das Los bringt uns zusammen auf eine neuartige Weise, ich würde eben sagen, auf die wahrhaft politische, auf die bürgerschaftliche Weise, auf die Weise, wie Politik überhaupt erst entsteht, wie der bürgerschaftliche Zustand überhaupt erst entsteht. Und das setzt dann eben immer wieder voraus, dass man bereit ist zu denken, dass wir Politik noch gar nicht haben, dass wir Bürgertum oder Bürgerschaft noch gar nicht haben, sondern dass das etwas ist, was wir erst erschaffen müssen gemeinsam und zwar dann beständig erschaffen müssen, eben weil es nicht von Natur, nicht von alleine entsteht, sondern auch künstliche, technische, menschliche Tätigkeit, durch also eine Art Sozialtechnologie namens Demokratie oder namens Politik, die auf jeden Fall sich des Losverfahrens als zentralem Mechanismus befleißigt oder ihn benutzt. Besser kann ich es nicht sagen. So, also, nochmal zusammengefasst, der Mensch spätestens ab der Selbsthaftigkeit ist zur Politik verurteilt, wenn er ein gutes Leben haben will und sich nicht selbst seine eigenen Lebensgrundlagen kaputt machen will über kurz oder lang. Ohne Politik, das heißt, ohne das Losverfahren können wir Menschen das nicht. Es ist einfach nicht möglich. Doch egal, was wir dann sonst noch tun, doch egal, welche Techniken wir finden, egal, wie friedlich, freundlich, kooperativ wir als Einzelne werden, egal, was wir sonst für Lösungen anstreben oder was für andere Institutionen wir finden, solange wir nicht losen und dadurch auf neuartige Weise miteinander in Kontakt kommen und diesen Kontakt auch aufrechterhalten, das heißt, den wahrhaft politischen, den wahrhaft bürgerschaftlichen Kontakt, solange werden wir auf diesen selbstzerstörerischen Pfaden weiterwandeln. Also wenn man sich fragt, wie kann der Mensch ein nicht-selbstzerstörerisches Wesen werden, dann gibt es nur eine einzige Antwort, es tut mir wirklich leid, ich mag das auch nicht, wenn es nur immer nur eine, ich denke gerne in Alternativen, wie man vielleicht merkt. Deswegen entschuldige ich mich dafür, dass ich sage, es gibt nur eine Lösung, weil in diesem Fall ist es leider so. Ja, es gibt halt auch Ausnahmen von der Regel, wenn man also gerne Vielfalt hat und immer sagt, ja, es gibt immer mehrere Lösungen für so ein Problem, ja, das mag sein, in vielen Fällen, aber das ist eine Ausnahme. Also, wenn man fragt, wie kann der Mensch von seinen selbstzerstörerischen Tendenzen, wie kann er sie systematisch überwinden, gibt es nur eine Antwort und die Antwort lautet Politik und dazu müssen wir verstehen, dass Politik eine Beziehungsform, ein neuartiges Beziehungsgeschehen ist, das wir künstlich erzeugen und stiften müssen, so wie es in Athen durch die kleistinischen Reformen 508, 507 vor Christus geschehen ist, wo man angefangen hat, in der Fläche zu losen und dadurch die Menschen auf neuartige Weise miteinander in Verbindung, auf neuartige Weise miteinander in Kontakt treten zu lassen. Ceterum censio, isonomiam esse sortienda, im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Politie, die Isonomie, die Demokratie gelost werden muss. gremiener two Dr. Dr.